Beim letzten Mal hatte ich hier eine Pappeplatte eingefügt und dieses Mal soll das Zwischenstück ausgeklebt werden. Dazu schätze ich erstmal die Breite ab. Okay. Das ganze Teil verläuft hier schief und ich muss das anzeichnen. Und der nächste Punkt, wo es noch beschnitten werden muss, ist hier. Und der nächste Punkt, wo es noch beschnitten wird. Da muss ich noch ein bisschen dran einsägeln. Ja. 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 Und wieder das Gewicht da drauf. Es gibt auch Hoffnung, dass es halten kann. Ich habe jetzt hier auf der anderen Seite schon ein Stück zugeschnitten. Ich kann auch das verliegen. Ich kann auch das verliegen. Und wie schon vorhin muss ich auch hier wieder Gewicht aufbringen. So, große Frage, ist das andere hier jetzt schon ein Zuschnitt? Und das kann ich durchaus als solchen anerkennen. Und von da her kommt das auch seinen Läum. Okay. Okay. Und das Gewicht. Und damit bin ich bei diesem Teil hier angekommen. Da kann jetzt die Sandschüttung erfolgen. Okay. 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 Vielen Dank. So, allein drauf. Obwohl das jetzt mehr ein Thema für den nächsten Einsatz geworden ist. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.